Hallo liebe Leute, mein Name ist Max, ich komme aus Neues, cool, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Zweitkanal Maxam Info. Die Uhren werden bald umgestellt, bedeutet es bleibt abends länger hell, mehr Sonne, wenn sie denn scheint und das ist doch das, was wir wollen, oder nicht, meine Kinder der Sonne? Ja, was wollte ich sagen, ich habe eine E-Mail bekommen, wo drin stand, du bist nominiert für den Deutschen Web-Videopreis 2014. Und ich habe mir gedacht, cool, was geht denn da ab? War doch letztes Jahr schon mal, ich hatte quasi so ein Déjà-vu. Und für alle, die kein Französisch können, also ich war ja letztes Jahr schon mal nominiert mit dem Song Motivation in der Kategorie Cute, Kategorie, wollte ich sagen, Kategorie Cute. Und ja, das hat weder gepasst noch geklappt, aber dieses Jahr gibt es eine Kategorie extra für Musikvideos. Keine Cover, keine Parodien, nur selbst gemacht. Und da ist Menschen wie wir nominiert und das bedeutet mir halt echt eine Menge, weil ich finde diesen Song nach wie vor echt cool, wenn man das über seine eigene Musik sagen darf. Und auch das Video und dass es genau dieser Song ist, der für Gleichheit, Toleranz und Gegenspaltung quasi spricht, bin ich froh. Und jetzt könnt ihr das Ganze unterstützen, weil eure Stimme zählt. Ja, man sagt, Web-Videopreis, das sind quasi die Oscars von YouTube. Und der einzige Unterschied ist, dass ihr auch mitbestimmen könnt, neben den Akademie-Mitgliedern. Und was ihr machen könnt, ist, ihr könnt auf den Link klicken, der hier unten in der Videobeschreibung steht. Habe ich auch schon auf Facebook gepostet. Und da könnt ihr draufgehen, dann könnt ihr einmal auf so einen blauen Kreis klicken, wo steht hier irgendwie Voten und so. Und das gibt jeden Tag eine Stimme. Ihr könnt bis zum 20.04. abstimmen für Menschen wie wir. Ihr könnt euch natürlich auch die durchaus starke Konkurrenz angucken, auch gerne die anderen Kategorien. Es gibt Fail und Lol und ja, einige Kategorien habe ich gesehen, Let's Play und so weiter. Und unter Now Playing, beziehungsweise hier unter dem Link, findet ihr das dann direkt. Da könnt ihr bis zum 20.04. jeden Tag einmal eure Stimme abgeben. Und wenn ihr das dann gemacht habt, kommen so drei Buttons. Einer von Twitter, einer von Facebook, einer von Google+. Da könnt ihr jeweils einmal eure Stimme abgeben. Also einmal bei Twitter, einmal bei Facebook, einmal bei Google+. Und das zählt jeweils zehn Punkte. Aber das nicht täglich, sondern einmal. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze zu teilen im Internet, anderen Leuten Bescheid zu sagen und so weiter. Und das würde mich echt freuen. Wäre eine coole Sache, wenn wir das rocken. Wenn nicht, braucht man sich nicht zu wundern, denn die Konkurrenz ist echt hart. Aber ich freue mich, wir haben ja Menschen wie wir schon zu Big FM gebracht. Und wer weiß, vielleicht bringen wir es jetzt nach Düsseldorf. Die Preisverleihung ist übrigens am 24.05. in Düsseldorf. Joko und Klaas werden das Ganze moderieren. Checkt das aus, da wird es bestimmt auch einen Livestream geben. Ansonsten kommt ihr hier nochmal zu Musikvideomenschen wie wir. Und hier zu der unglaublichen Live-Version aus der Langzess-Arena. Folgt mir bei Twitter, Facebook, abonniert den Newsletter auf maxinnoise.de. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mein Name ist Max, ich komme aus Neuss bis Spider-Man. Und jetzt wird noch ein bisschen gedreht. So, jetzt könnt ihr auch langsam abschalten. Oder nehmt eins von den Videos. Egal, ich muss jetzt weg. Wir sehen uns. Bis später.